Im Studiengang Webdesign & Development lernst du alles Notwendige, um später im Bereich Webentwicklung, E-Commerce oder Online-Marketing Fuss zu fassen, um zum Beispiel als Webdesigner, Front-and-Developer, Back-and-Developer, UX-Designer, Apps-Programmer oder Online-Marketing-Manager zu arbeiten. Alle Studierenden machen während ihrem Studium diverse Projekte zu einzelnen Themen. Da ein Einblick in diese Projekte. In unserem praxisorientierten Unterricht lernst du von Dozierenden aus der Industrie diverses Fachwissen in den Bereichen Webdesign, Programmiersprache, Usability, Datenbanken, Webserven, Webshops und SEO. Alles benötigte Material wie Räumlichkeiten und Equipment wird dir während dem gesamten Studium kostenlos zur Verfügung gestellt. Unsere Fachassistenten und Assistentinnen stehen dir mit Rat und Tat zur Seite und unterstützen dich bei der Umsetzung deiner Projekte. Unabhängig von deinem jetzigen Tätigkeitsfeld kannst du dein Studium an der SAE berufsbegleitend absolvieren. Durch die weltweite Vernetzung mit über 50 Standorten lernst du neben dem Lokalen auch der internationale Medienmärkte kennen und an einem Auslandssemester steht nichts mehr im Weg. Mach dein Hobby zum Beruf mit einem Praxistudium am SAE-Institut in Zürich. Wir freuen uns auf dich.